Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meiner Iron Man Tana. Lange ist her, dass wir gespielt haben, aber wie ihr wisst, habe ich ja vorsichtshalber erstmal Iron Man ruhen lassen, damit wir bei den ganzen Disconnect, die eine Zeit lang waren, nicht mal eben sterben. So, ich möchte jetzt gerne hier zu dem Lager, wo die ganzen, zu dem Hauranhof, aber wir müssen uns natürlich erstmal da durchkämpfen. Das heißt, wir werden jetzt hier uns den Weg freiprügeln, wir werden natürlich jetzt nicht an den Elementaren rüber gehen, aber das sollte man hier schon, zack, das sollte klappen. So, heilt der sich von alleine hoch? Ach, der hat einen Buff drauf. Du bist schwör einfach neu. Ich könnte ihn auch heilen, aber dann muss ich mich wieder heilen und äh. Ah ne, der ist gelb. Was gelb ist, brauchen wir nicht schlagen. Was gelb ist, brauchen wir nicht schlagen. So, da haben wir einen Dino. Wir müssen halt immer aufpassen, dass unser Müllsack nicht alles pullt, was ihr... Oh Gott. Und bitte nicht den Vogel pullt. Danke. So, einmal ein bisschen heilen. Wir sind mittlerweile 28. Ich wusste schon gar nicht mehr, welches Level wir haben. Und ja, das dauert natürlich. Ja, ich wäre gerne schon weiter. Ihr wisst ja, mit der Katze, das war ja sehr, 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 sehr unglücklich. Aber egal. Dann werden wir halt ein bisschen langsamer machen mit der Hexe. Wobei ich auch schon überlegt habe, ob ich nicht eventuell nochmal mit einer anderen Rasse starte. Aber ich habe mir ja eigentlich... Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Zur Aufgabe... Da ist er. Ich habe mir ja eigentlich zur Aufgabe gemacht, nicht... Oder gesagt, ich nehme keine Charaktere, die ich schon mal hatte. Aber es ist mit der Hexe, ist es schon echt... Allerlei. Ne? Es ist schon anstrengend. Sehr anstrengend. So. Da war kein Blutamulett. So, Blutamulett gibt es nur von denen, die da unten sind. Jetzt... Obwohl der, den wir gerade hatten, hätte eigentlich auch eins haben müssen. Müssen wir doch mal gucken. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie hier runter. Doch, die haben auch welche. Die haben auch welche. Und so zu schleichen wir uns einfach... Immer wieder draußen im Kreis rum. Weil da reingehen... Ist mir irgendwie... Ihr wisst, was ich meine, ne? Wir haben halt hier das Problem, dass da unten zu viele auf... Zu viele auf engen Raum sind. Und hier können wir halt das Glück haben... Da ist er. Dass wir halt immer nur einen kriegen... Und dann laufen wir einfach im Kreis rum. Dann ist das so. Ich hab übrigens auch schon gesagt... Also wir werden so lange in Classic bleiben... Wie wir EP bekommen. So lange bleiben wir definitiv hier. Und erst dann gehen wir weiter. Und das werden wir auch mit den anderen Gebieten so halten. So... Einmal trinken... Und dann laufen wir weiter rum. Weil ich weiß... Oben auf dem Rand... Einmal drumherum... Sind hier die ganzen Schurken. Wir müssen halt nur langsam laufen. Dass wir immer nur einen triggern. Nicht alle auf einmal. Wobei... Ich weiß gar nicht, sind hier welche? Ich glaub hier auf dem Rand sind gar keine, ne? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich möchte auch jetzt nicht... Wie gesagt... Da ist er! Ich möchte halt auch nicht da rein. Weil das... Das könnte unser Tod sein. Weil Ihmchen hier pullt ja echt alles. Ne? Ihmchen pullt ja alles. Und dat wollen wir nicht. Ich denke wir machen auch... Eine Quest. Gehen wieder ins Lager zurück. Machen nicht zu viel auf einmal mit ihr hier. Weil sie sollt's ja auch überleben. Außerdem ist die Anspannung immer sehr groß. Beim Iron Man. Da ist er! Ich hab dich! Ich hab dich! Der haut jetzt durch mich durch. In den... In meinen Tank. Ja, macht nichts. Hau da rein! Hau da ruhig rein! Mach dir... Zack! Oh, im Heilen! So! Na, wo bist du? Hab ich dich schon gehört? Ich glaub, der Sound hab ich ein bisschen leiser. Normalerweise hört man sie auch. Wenn sie hier rumtouren. Ich glaube, der ist weiter unten. Man hört und wenn man nah genug dran ist, sieht man sie auch. Na, für diejenigen, die PvP spielen, die wissen, wie das Geräusch ist. So... Oben oder unten? Da ist er! Ich hab dich! Da ist er! Ja, so kann man's halt auch machen, ne? Dauert halt alles nur ein bisschen länger, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist. Aber wie gesagt, ich hab jetzt schon einige Iron Man angefangen und da wird man halt ein bisschen vorsichtiger mit der Zeit. Viele spielen ja auch zu zweit. Ich mein, wenn ich zu zweit spiele, dann hab ich ja auch ein bisschen weniger zu befürchten. Ne? Entschuldigung. Morgens immer ein bisschen verratzt. Wir haben erst drei Amulette. Ach, du lieber Gott. Ich mein, wenn ich zu zweit Iron Man machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel Panik, hier wäre ja irgendwo rumzulaufen. Ne? Nimmst du dir, ich weiß ja nicht, einen Priester und einen Paladin? Die beiden können ja hier durchballern. Ne? Die können ja dann auch hier durchballern. Immer noch drei Amulette. Ah, da haben wir noch ein bisschen mehr zu... länger was zu tun. Ich glaube... Ne, nicht hier. Ich glaube, ein bisschen weiter hinten ist ja auch mein Priester gestorben. Auch... Ah, da ist er. Auch hier im Gebiet. Ah, das war auch so ärgerlich. Genau, das war hinten am anderen Bauernhof. Wo wir da gequestet haben. Wo dann hier sturmgeklingelt wurde und ich dann raus bin. Und ja... Amulette Nummer vier. Und ich dann ausgelockt habe und nach dem Einloggen war er tot. Ne? Das war natürlich nicht so schön. Aber gucken wir mal, wo der Nist ist. Muss ja eigentlich schon Respawn sein. So langsam wie wir sind. Eigentlich schon. Aber man muss die halt auch triggern, ne? Man muss sie halt auch triggern. Oder war mir doch nicht schnell genug. Ich weiß, dass hier unten, wo es so leer aussieht, meistens auch welche sind. Aber wie gesagt, da reingehen ist eigentlich jetzt... Mäh. Da ist er. Eigentlich weniger so meins. Weil ich wollte ja noch ein bisschen länger spielen mit ihr. Ich weiß, ich will den kleinen Feigling. Wie stehe ich zu... Wo ist denn hier der Scheißer da? Ja, der hat halt nicht viel Leben, ne? Da wir hier nicht viel Leben haben, hat der auch nicht viel Leben. Und wir werden sicherlich auch noch ein bisschen Spaß haben mit denen. Gucken wir mal. Meistens hier, wo wir nämlich hier... Schatz, siehst du? Da sind die nämlich auch. Jetzt sind wir beide. Oh ja, jetzt müssen wir aber uns Gas geben hier. Oh ja, jetzt müssen wir uns Gas geben hier. Ja, jetzt müssen wir uns Gas geben hier. Oh ja, jetzt müssen wir uns Gas geben hier. Hey! Komm hier! Oh, jetzt hab ich keine Heile mehr. dann weg hier lauf kind lauf okay das war's scheiße ja das war's ja der nächste iron man ruft also manchmal ne so dumm ich hätte nicht so weit runter gehen sollen man gut meine lieben dann suchen wir uns mal neuen aus und starten von vorne ich danke euch auf jeden fall fürs zusehen und ich hoffe wir sehen uns im neuen lp wieder wo ich es wieder versuche mit dem neuen level system ist es echt grottig wisst ihr das also bis dahin bye bye